In diesem Video präsentiere ich euch die Top 5 besten Verbundsbatterien von Funke. Funke ist, wie ihr alle wisst, ziemlich teuer, aber trotzdem, diese Verbundsbatterien lohnen sich wirklich extrem, auch für ihren Preis. Ihr wisst wahrscheinlich alle, dass ich nicht so der Verbundsfeuerwerks-Fan bin, aber selbst bei Funke Verbundsbatterien kann ich nicht widerstehen. Die Effekte von jeder Verbundsbatterie sind einfach richtig, richtig heftig und richtig einzigartig. Es gibt auch noch viele, viele weitere Verbünde von Funke, die extrem geil sind, aber ich habe mich hier auf die Top 5 beschränkt, die meiner Meinung nach einfach die besten sind. Jemand, der noch keine Verbundsbatterie von Funke hatte, wird wahrscheinlich nicht wissen, dass man diese dann auch selbst verleiten muss. Genug davon jetzt, dann geht's jetzt los mit dem Video. Was ist das denn? Oh mein Gott, was ist geschehen? Auf Platz 5 haben wir die Yggdrasil. Sie hat 2500 Gramm NEM, 100 Schuss und eine Brenndauer von 40 Sekunden. Der Kaliber beträgt 30 Millimeter und die Effekthöhe 45 Meter. Die Batterie schießt bunte Dahliensterne und edle Brokatpalmen und dazu jetzt das Video. Auf Wiedersehen. Das war's. Das war's. Die Batterie besteht eigentlich nur aus sehr schönen Gold-Effekten mit extrem geilen Zelligern. Und jetzt viel Spaß mit dem Video dazu. Und jetzt viel Spaß mit dem Video dazu. Platz 3. Auf Platz 3 habe ich die Paranoid. Sie hat fast 3000 Gramm NEM, genauer gesagt 2900 Gramm, 116 Schuss, eine Brenndauer von 45 Sekunden, ebenfalls 30 Millimeter und die Effekthöhe beträgt 50 Meter. Eine sehr schöne abwechslungsreiche Batterie mit viel Crackling und sehr geilen fetten Zelligern. Dazu kommt jetzt das Effektvideo. Da geht's. Da geht's. Auf Platz 2 haben wir meiner Meinung nach preislich gesehen den besten Verbund von Funke. Und das ist The Ecstasy of Gold 2. Da dürfte man dann auch schon merken, dass ich einfach ein richtiger Gold-Fan bin, denn diese Batterie hat so viele schöne Gold-Effekte, aber auch sehr viele Blinksterne. Ja, die Batterie hat 2500 Gramm NEM, ungefähr 105 Schuss, eine Brenndauer von 55 Sekunden. Der Kaliber beträgt, wie ihn nicht anders zu erwarten, 30 Millimeter und die Effekthöhe beträgt 40 Meter. Viel Spaß mit dem Video dazu. Also, der Kaliber beträgt, wie sie nicht anders zu erwarten, Und jetzt haben wir meiner Meinung nach den besten Verbund, den ihr von Funke erwerben könnt. Der ist einfach so unglaublich geil, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Die meisten dürften den Verbund natürlich kennen und das ist Fireball. Der Verbund hat fast 5000 Gramm NEM, stellt euch das mal vor. 200 Schuss, 80 Sekunden Brenndauer, 30 Millimeter Kaliber und eine Effekthöhe von 40 Meter. Und bei der Batterie, Freunde, kann ich euch sagen, das geht wirklich richtig ab. So eine schnelle Schussfolge, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. So eine große Vielfalt an Effekten, also wenn ihr das um 0 Uhr zündet, da werden alle hinschauen. Leider dann etwas teuer, für 300 Euro müsst ihr selber entscheiden, aber ein absolutes heftiges Teil. Viel Spaß mit dem Produktvideo dazu. Das ist ein Film! Das waren dann auch schon die 5 besten Funke Verbundbatterien. Wenn ihr weitere solche Videos sehen wollt, zeigt mir das mit einem Like. Schreibt gerne eure Wünsche zu diesem Format in die Videobeschreibung. Davon werden auf jeden Fall in Zukunft weitere Videos erscheinen. Dann würde ich auf jeden Fall jetzt noch sagen, abonnieren, liken und Schwarzpulver inhalieren. Bis zum nächsten Mal.